Hallo, mein Name ist Helge und ich arbeite im Jugendzentrum Atendorn. Hallo, ich bin Anna aus dem Jugendzentrum Atendorn. Hi, ich bin Nathalie aus dem Kinder-, Jugend- und Kulturhaus in Finntrop. Hi, ich bin Carmella und arbeite im Kinder-, Jugend- und Kulturhaus in Finntrop. Hallo, ich bin Jörn aus der KOT Kichundem. Hi, ich bin Michaela aus dem Jugendtreff Kleine offene Tür in Drollshagen. Hi, ich bin Andreas aus der KOT in Wenden. Hallo, ich bin Martin aus der Kleinen offenen Tür in Wenden. Wir sind Mitarbeiter der offenen Türen im Kreis Olden. Wir sind auch weiterhin für euch da, auch wenn ihr nicht zu uns kommen könnt. Wir sind weiterhin erreichbar. Wir haben viele Online-Angebote für euch. Schaut doch einfach in den sozialen Netzwerken einmal bei uns vorbei. Per Facebook oder in allen unserer digitalen Treffs über Discord. Wir freuen uns auf eure Reaktion und möchten weiterhin mit euch in Kontakt bleiben. Bleibt bitte mit uns in Kontakt. Bitte seid in Kontakt mit uns. Okay, ich hoffe bis bald. Tschüss. Bleibt bitte mit uns in Kontakt. Bleibt bitte mit uns in Kontakt und meldet euch. Bleibt mit uns in Kontakt. Stay connected. Bis bald. 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 Vielen Dank.